hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge dungeons and devotions so bevor es weitergeht zwei kleine sachen erst einmal noch mal der hinweis für diejenigen das vorige video nicht gesehen haben bitte das vorige video anfang mal anschauen da steht alles was den datenschutz angeht denn die bilder die sind nicht von mir auch wenn ich die karten selbst zusammengestellt habe deswegen bitte darauf achten so und das zweite ist eine kurze rekapitulation wie wir sehen wir beginnen so wie wir das spielfeld letzten verlassen haben im oberen dungeon von grün da befindet sich ein held ein etwas älterer herr und unten da haben wir quasi weiter gemacht indem wir da immer kreaturen hingelegt haben und jetzt mit unserer falle hier darauf warten wie es vorwärts geht ja und jetzt machen wir auch ganz normal weiter wir gehen wieder ganz normal in die erste phase vom urbigen spieler ich so ein bisschen dran so wir kriegen einen diplomatie punkt dazu ziehen die nächste karte ich gehe noch ein bisschen eher ein bisschen klein so ein notbär das ist nur kurz schauen okay der kann relativ viel population haben hat nur acht leben dabei der kollege macht vier schaden das heißt nach zwei zügen wäre der tod weil wir könnten jetzt hierhin beschwören um ihn zu blocken damit er ein bisschen auf dem folge netz stehen bleibt ich überlege ob ich das mache der zeit könnten die anderen nämlich nachrücken und ich würde mir meine schöne tür aufheben wisst ihr was das machen wir auch wir zahlen zwei grenzwerte zack 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 und ob das beschwören hier den notbär grün willkommen nach vorn zack da ist er der hat jetzt natürlich erst nur eine population und wird auch entsprechend nicht lange leben aber vielleicht haben wir glück mit dem vier fahrer vier fahrer von vier kriegen wir da die population schnell hoch und erhält erst von uns diesen helfen bleibt und ja ihr könnt in der regel dann erstmal das wollte ich nicht hier können der regel dann erst mal nach oben gehen ich überlege ob ich den gleich mit hinterher ziehe für den fall des falles kann ja trotzdem auch in den toten tauschen anführungszeichen so gerückt habe ich gespielt habe ich schauen kurz ob schon was anderes machen will den raum legen jetzt muss kurz überlegen dahin darf ich den folterschnetz dahin gelegt da kommt ein türen jahr für unsere gaias berührung unsere gift falle brauchen wir dann noch einen raum hier kriegen als um grenzwerte zu den gebe ich aber auch gleich wieder ausglaubig mache ich das ja mache ich um die falle direkt hin zu spielen schauen kurz lohnt sich das drei vier fünf sechs jahre ist nicht so mega lohnenswert aber werden sehr am anfang so kostet vier einem bekommen ein raum spielt hat vor die als insgesamt drei ja und bin dann quasi fast schon wieder arm die kriegt drei aufladungen so ok sein zug sender kommen wir hier zu nummer zwei diplomatie punkt dazu eine karte ziehen jetzt überlege ich genug sachen habe ich ihr habt alle nur eine population das heißt euch kann ich ziemlich schnell einfach mal so raushauen habt eigentlich noch keine bewandtnis irgendetwas zu spielen und überlege vier mal vier sind 16 so in produktion einer anderen auf nur geht der titel im heilen bringt nix nee das lasse ich tatsächlich hier sogar frei dann kann ich dann irgendwie meinen starken engel spielen oder aber da wird jemand gefangen gehalten weiß ich noch nicht genau lassen wir erstmal kurz so ist wie es ist machen erstmal nichts die erwähmenschutz gibt es nicht mehr das heißt es kommt jetzt die ereignisfase stimmt nicht erst mal kommt die würfelfase verzeihung würfeln wir mal runter so eine zehn kommt raus eine zehn wer hat denn vielfach von zehn du ein krasner liefer sauber sack geht eins dazu ist kein vielfaches ist auch nicht wäre bedeckt ist voll gut hier ist alles abgedeckt vielfach von zehn ja ihr seid voll bringt also nix ok gut jetzt die ereignisfase ziehen meine karte raus die kümmerliche heiltrank das ist eine ausrüstungsgegenstand und der bleibt so lange neben den stabeligen das ein heldenspiel kommt den ausrüsten kann dass ein artefakt sonstiges wenn man die anleitung reinschaut wird man sehen jeder halt kann bis zu zwei sonstige gegenstände tragen und dann hält er das ausgerüstet hat der bekommt hier oben das als bonus dazu und stern heißt wird um eins wertvoller und kriegt plus 200 hp gut da ist ein ereignisfase nichts weiter zu tun kampfphase hält versucht zu kämpfen und sich zu bewegen sprich er greift mein kleines bärli hier an verursacht mein bär er hat wie viel 4 4 schaden und der bär greift zurück an hat eine population mal kann man zwischen schlicht sehen ich mache noch größer so mal acht macht also acht schaden an unseren helden oder an dem helden und er steht noch auf dem folter schnitzler wir haben jetzt einen von zug er hat seinen zug darauf beendet der folter schnitzler löst sich aus und macht hier wie viel schaden 40 plus 50 prozent wenn die hp unter 300 sind moment die hp war noch von schon unter 300 das heißt plus 50 prozent er 60 schaden gemacht von pardon das heißt er macht 60 schaden und hat auch letztes mal schon 60 schaden gemacht das heißt er ist sowieso bei 68 jetzt eigentlich plus 60 macht 128 schaden die erinnert und somit ist er dann bald exitus gut das war die heldenphase kommen wieder zwar ganz normalen versorgung segment die diplomatie punkte steigen um eins man zieht hier ein raum sie jetzt noch keine bewandt ist was zu spielen deswegen behalte ich den erst mal auf der hand wer weiß weiß euch setzt sich wieder eins vor und euch ebenso so gut spieler zwei ist dran kommt erst mal wieder ein diplomatie punkt dazu geht auf 13 zieht eine karte nach was haben wir denn hier den riesen adler hat der drei populationen lohnt sich also auszuspielen damit ein bisschen wachsen kann setzt sich erst mal dahinter so drei populationen gibt mir mal das ding startet allerdings natürlich erst mal mit 1 er muss erst mal sich vermehrt und kostet nämlich zwei grenzwerte zack zack das tat nicht weh so fliegen 3 12 ok gut und wo man würfelt ist da mit zwei kommt raus zwei dürfte hier aktuell gar keiner haben an den vielfaches vielfaches hiervon entschuldigung er hat das heißt nur der mit zwei hat da dürfte es mir wirklich nichts geben hat auch keiner ok ereignisfase hat noch eine ausrüstung artefakt handschuhe jeder hat kann einen handschuh tragen das heißt der nächste hält der in spiel kommt rüstet beides aus kriegt dann bloß zwei rüstung dazu das kann schon je nachdem was für ein held kommt unangenehm werden jetzt aber einmal ist erstmal der held dran er greift unser bärli an bärli jetzt überlege ich das mal irgendwie zur seite ja mit schmal 1 vorrat ab bärli bekommt noch mal vier schaden hat acht schaden verliert eine population hat also null population ist damit quasi aus dem rennen der held bekommt konterschaden 8 und geht auf 136 schaden da er eine kreator getötet hat darf er sich leider auch danach noch bewegen weswegen er direkt drauf rückt setzen jetzt einmal so bis drüber kommen wir nach vorn weiß es nicht ach ich habe anscheinend den ganzen stabe letztens mitgenommen und hierhin bitte wieder ja damit helden fahrs vorbei kommen wieder zum versorgen segment von spieler 1 der wieder ein diplomatie punkt bekommt sowie eine karte zieht ein krasser liefosaurus der müsste ein bisschen wachsen ich muss schauen ich habe platz werfe den raum erstmal ab und ich sollte ein bisschen auseinander ja einmal solche vorrat halten dass ich zu not mal was zaubern kann oder ein grenzwert so würde zwei grüne dazu bekommen der kostet mich drei das heißt nicht in sand ein zahle ist alles cool und ich kann ihn spiel bringen was ich auch mache der muss aber erst mal wachsen deswegen muss jetzt speichert es kurz zwischen oder lang und kommt mit einer population spiel ja dann ist spieler 2 dran den geht es aktuell deutlich besser wie man sieht der zieht eine karte hier im feilen raum so viel auf lager brauchen glaube ich nicht oder wir haben auch genug grenzwerte auf lager können wir gar nicht so viel los schmeißen oder nee das reicht gut was wir jetzt machen ist erst einmal machen nix und würfeln wir runter 17 das dürfte eine primzahl sein von daher sind wir hier raus und können direkt eine ereigniskarte wirken oder bezeihe es kommt ein spiel aber was haben wir hier durch schmerz lernen jeder spieler kann entscheiden eine karte zu ziehen und 16 schaden zu erleiden gut hier wird gewirkt das darf jeder entscheiden hier ist ja jetzt unser friedhof dann und jetzt würde ich mal schauen als grüner hier wir haben volle hp man kann hier eine karte nachziehen mehr so ein paar karten um es noch zu heilen ich würde sagen wir nehmen die 16 schaden in kauf gehen damit auf 84 ne und ziehen die karte nach naja eine schöne falle so hier unten haben wir auch volle hp haben wir auch paar karten um uns zu heilen mal schauen auch wenn wir schon hohe handzahl haben schaden kann es nie gehen auf 84 und ziehen auch eine karte nach weil wir das freiwillig so entschieden haben mit mir war ich natürlich mich so jetzt muss ich ein bisschen platz management betreiben einen kleinen moment so anordnung ganz nach vorn genau so können wir ein bisschen was sehen euch lege ich das noch kurz ein bisschen zur seite und euch möchte ich gerne richtig sehen gut 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 ereignisfase zu ende heldenphase kämpfen und bewegen er greift unseren salamander an der macht 4 mal 3 weil 3 populationen hat also 12 schaden das heißt er hat dann 148 er greift mit 4 an und tut direkt die population um 1 runter setzen geht unser salamander auf 2 gut das war die heldenphase kommen wieder zum normalen versorgungsegment wir ziehen eine karte nach bin mir nicht sicher ob er das die grenze ertragen wird aber mal ja wir werfen es mal direkt ab wir brauchen die grenze mit hoher wahrscheinlichkeit werfen sie ab so kriegen deswegen zwei grenzwerte dazu hatte ich die diplomatie erhöht kleinen moment ich muss gerade schauen nicht dass ich etwas falsch mache ja oder ne ich glaube ich hatte es vergessen und habe es bei den unteren vorhin auch vergessen deswegen der geht dann auch auf 15 gut aber erst mal zwei grenzwerte dazu ich lasse das jetzt noch mal so stehen weil ich ja nicht auf null geht ist ja alles ganz cool problem sagen darf es nur das kann ich hier nichts hinsetzen egal spieler 2 ist dran ja ich weiß machen plus 2 nicht plus 1 als vorhin vergessen habe so so viel auflage brauchen wirklich nicht den schmeiße ich ab kriegt zwei grenzwerte dazu muss kurz schauen der trull hat auch maximal nie der maximale population 4 das heißt den sollten wir ausspielen zwei grenzwerte haben wir quasi vorrat weil wir abgeworfen haben das heißt zwei weitere muss ich zahlen unsere konvergenter hier der kommt dahin ja und natürlich auch erst mal wieder mit einer population gut würfel phase 20 jackpot ding 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 da dürfte alles triggern genau du kriegst eine population dazu du kriegst eine population dazu du bist voll du hast auch die ladungen voll so voll ladungen hier kommt der ladung dazu hat es wieder fünf so du kriegst eine population dazu du kriegst eine dazu jetzt hätte ich doch tauschen sollen naja was sollt's ok du bekommst auch einen dazu gut ereignisfase ein held kommt ins spiel mit beiden ausrüstung gemeint ist er hat schon zwei rüstung als fähigkeit mit dem dazu die jahre ausrüstet kommt er vier das heißt er wird dann leider mehr oder weniger brutal ich müsste ich mal bitte ganz nach vorne haben das heißt mit das ausgleichen das richtig liegt so ganz nach vorn ganz nach vorn natürlich ganz 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 nach vorn so rüsten wir ihn mal aus so rüsten wir ihn mal aus ok dann bitte doch eins weiter nach hinten so der wird ja dann noch fünf punkte gleich bringen hat jetzt aber das ändert jetzt mal direkt hier drin ab lässt er mich nicht rein ach stimmt ich musste die sachen ja leider umformatieren ok das heißt er hätte jetzt eigentlich vier rüstung und 1000 hp ist natürlich heftig und ja ich sage es ist den will man eigentlich gar nicht haben hier oben hier wir können ja ich gar nicht gebrauchen vorteil ist natürlich wir kriegen den hier mit ganz gut weg oder das heißt gut weg wir können ihn damit erstmal halten aber wir können ihn hier nicht blocken das ein problem und ja wir haben jetzt alle attraktion 1 da unten ist noch am ehesten hier oben müssen wir verhindern dass er hinkommt so für meiste kreatoren karten das dürfte auch hier oben sein 123 und hier unten haben wir wie viele kreatoren 123 ok das identisch das heißt jeder kriegt den bonus das heißt wir haben alle attraktion 4 ja und jetzt müssen wir überlegen was ja am ehesten machen also können wir jetzt sagen okay 50 50 und jetzt überlege ich wenn wir hier unten der spieler werden könnten wir den aushalten der hier macht sehr viel schaden wir könnten es riskieren dadurch dass er gefesselt wird kann man da echt ein bisschen schaden reinpushen so wie viele feste machen ich da hält der feste machen höhe von 120 minus angriff hält ne durch angriff hält wird nur bei betreten ausgelöst ok nur bei betreten das heißt also auch nur einmal ja 20 angriff 120 durch 20 das heißt 6 runden könnten wir ihn angreifen 1000 hp wenn wir die spielen 36 mal 6 gut ich denke wir kriegen den hin daher würde ich sagen als der spieler würde man strategisch rangehen so und spielt das bis dahin des zuges plus zwei attraktion damit haben wir das meiste und heißt ich um vier gehen also erst mal wieder auf 88 und der held entscheidet sich quasi zu uns zu kommen mit das jetzt immer einzeln setzen muss man hier mal eine kleine gruppierung ok dann kommt die wunderbare wunderschöne heldenphase ich bleibe erst mal hier oben das ist auch weniger spannend gebe ich zu aber es ist so der kaffee da an macht genau so schaden dass die population stirbt konnte angriff war vorher drei mal vier sind zwölf geht auf 160 schaden nein das sollte eine null werden hier unten er betritt den dungeon ich setze mal leicht daneben und dahin betritt löst unsere festungsfalle aus und fesselt ihn und zwar 120 durch 20 macht sechs für sechs runden jetzt habe ich natürlich kein icon dafür gemacht deswegen nehme ich jetzt einfach mal das das werden jetzt einfach mal festungsmarken ich wollte damit eigentlich zeitmarken aber egal davon kriegt er jetzt sechs stück gut ist anordnung ganz nach vorne genau 1 2 3 müsste jetzt hin oder 1 2 3 4 5 ok so wenn er das nächste mal dran ist verliert er stattdessen so eine festungsmarke gut damit gehen wir wieder zum herstellen jetzt ein versorgungssegment kriegen die diplomatie hier dazu ziehen eine karte nach zu zweitig gefallen jetzt müssen uns dann schon dringend länger machen aber okay das kommt später was sie jetzt erst einmal machen ist wir vertauschen die plätze der beiden hier damit der auch ein bisschen population dazu bekommen kann wieder dann gehen wir zum spieler hier unten kriegt auch ein diplomatie punkt dazu und zieht eine karte nach so wir werden jetzt dringend einmal licht ab bekommt deswegen zwei grenzwerte dazu und spielen unsere sanfte weise hier die hat nur eine population aber was erst nachher die kostet 52 bekommen wir das heißt drei müssen noch extra zahlen brauchen weiter wieder was die kommt mit einer population ins spiel hat ja auch nur eine möglichkeit die ich rücke schon mal vor ja und es wird langsam engen dungeon deswegen jetzt überlege ich ob ich tatsächlich die attraktion noch erhöhe da kann ich jetzt sechs runden nicht werden also wir haben hier relativ viel drin haben noch einen direkt beschwören können deswegen ich bin dafür aber ich habe da gar keinen platz zu manövrieren ich kann ja nicht irgendwie umsetzen zurückziehen oder sonst was nee das gefällt mir noch nicht das lassen wir wie es ist dann kann ich mich keiner bewegen und sei es nur noch untereinander tauschen das ist dann noch ein bisschen problematisch gut ok wir haben sie beschworen was wir clevererweise direkt auch an machen machen können ist angreifen weil er macht ja nichts deswegen greifen wir direkt an kontern kann er nicht er ist ja gefesselt also machen wir ihm 40 schaden allerdings abzüglich der rüstung die er hat ganz nach vorn abzüglich der rüstung sind 40 minus 4 macht 36 auch ihr seht den werden wir noch ganz ganz lange hier unseren dungeon begrüßen dürfen 40 der aktuelle maximalschaden den wir machen können wir haben keinen der höher kommt wenn ich das richtig sehe der käme höher aber der frau ist noch ein bisschen population ok soviel zu dem thema wir kommen wieder zur würfelfase würfel runde eine 2 dürfte nicht viel besitzen was hier eine 2 hat nö ok direkt zur ereignisphase der nächste kriegt auch wieder einen heiltrank heldenphase er greift meinen schönen Diffusaurus an clevererweise hätte ich eigentlich auch angreifen können ach nee wenn ich kann nur bewegen oder angreifen gut er greift an verursacht vier schaden das ist jetzt nicht weiter wild konterangriff acht mal population sind 32 geht er auf 192 schaden und nähert sich damit herr ruhig seinen tod unten geht es spannend weiter eine zeitmarge weg also eine festungsmarge weg und das war es dann auch schon komm wieder zum versorgungssegment erhöhen die punkte ziehen eine karte nach naja wieder ein zauber zack wir brauchen wenn ich das mal erwähnen darf räume und grenzwerte wir brauchen so viel so damit das ein bisschen vorwärts geht greife ich diesmal direkt mit meinen Diffusaurus an kriegt acht konterschaden unser freund hier der kommt gegen himmel sei es er kommt auf den friedhof da und wir haben unseren ersten siegpunkt und wären damit eigentlich bereit für den nächsten ja danach müssen wir noch tauschen um die bisschen zurückzuziehen gut so viel dazu ihr seid dran bekommt auch ein diplomatiepunkt zieht eine karte nach ja wir haben festgestellt auch wir kommen langsam ein bisschen platzprobleme jetzt speichert er kurz wieder zwischen dünn 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 da kommen legen hier den raum nach kriegen einen grenzwert Moment nicht so gut ja bekommen wir einen grenzwert und die würde ich jetzt so gerne spielen damit wir von zwei seiten angreifen können auch wenn ihr angreifen jetzt nicht so übertrieben ist ein grenzwert bekommen wir das heißt zwei haben wir zu zahlen und können ab jetzt quasi zu zweit auf ihn einprügeln ach ich liebe strategie so zack eine population so greifen wir beide an das sind 40 minus 4 macht 36 20 minus 4 16 dazu sind also 72 plus 16 sind 88 ja klingt gut haben wir schon mal bei 88 Schaden so bewegen will ich hier eigentlich nichts an sich und ja es geht wieder zum würfeln eine 6 vielfache von 2 und 3 gibt es wahrscheinlich auch nicht allzu viele sehe hier nichts hier dürfte auch nichts sein nope ok Ereignisfase ha da kommt der nächste der alte Kreis für den kürzesten Dungeon wie viel haben wir denn 1,2,3,4,5,6,7,8 ohne Held mitgezählt 2,3,4,5,6,7,8 auch ohne die unten können wir eh nicht gebrauchen das bedeutet ich brauche ja auch dringend Mana auf mein HP kann ich zu Notenbisch verzichten ähm ich spiele das bekomme deswegen plus 2 Attraktion und und ziehe 3 Entschuldigung eine das ist aus dem Level ziehe eine Karte nach die Reihenfolge nicht durchschnittenspringen zack der kommt zu mir und ich bekomme eine Karte Notbär durch wollte ich nicht versetzen das heißt im Moment wollte ich dich versetzen nein noch nicht darf durchschauen noch gar nicht so damit herzlich willkommen lieber Held du kriegst noch deinen kleinen kümmerlichen Heiltrank dazu damit wir nicht durcheinander kommen Anordnung ganz nach vorn Anordnung ganz nach vorn so gruppieren dich mal zack und gehe noch direkt zur Heldenphase über ja unser alter Kreis tritt hier auf unsere Falle bisschen klein geschrieben auf der Variante deswegen zoome ich mal ran erstmal natürlich eine Aufladung weg keine Frage so Radius 1 trifft also alles rundherum und hält dann 3 Runden lang der Effekt und dauert auch 3 Runden wieder ausgelöst werden kann deswegen so zack ich mache mal nur 2 weil ich gleich am Ende des Zuges eh wieder entfernen muss genau tritt drauf lege auf alle Kreatoren Helden in Reichweite 20 Giftmarken das machen wir jetzt auch wo sind sie da sind sie habe ich ein paar davon gemacht nein kein Problem zack zack lieber alter Kreis Prustust vergiftet allerdings mit 20 Giftmarken oh das ist dann schon wieder machen wir so genau ich setze mal drunter damit man das noch sieht gut gut er und das sollte höchste Priorität haben so ja 20 Giftmarken das heißt am Ende des Zuges 20 Schaden er hat sich bewegt wir sind am Ende des Zuges ich müsste jetzt dort eine Zeitmarke entfernen das habe ich ja schon quasi gemacht und jetzt kriegt er halt Schaden in Höhe der Giftmarken gut unten geht es weiter da haben wir auch noch ein Helden das ist einfach zack eine Marke weg und gut ist und wir kommen wieder zum Versorgungssegment von Spiel 1 gehen deswegen hier auf 18 Diplomatie das klingt viel aber wenn sich mehrere drum streiten wenn es um mehr Spieler werden dann geht das sehr schnell dass man sich da wirklich bestimmt streitet jetzt muss ich überlegen wir hatten auch trotzdem Platzmangel deswegen legen wir mal ganz nett einfach ein wir kommen einen Grenzwert dazu ich muss kurz überlegen wenn wir strategisch spielen gehen wir dann hier noch eine Mauer genau Mauer die Falle und Giftfalle ok ja soviel zum Zug obwohl nicht stimmt nicht mein Bär will schützen deswegen du tauchst mal bitte mit den Liefersorgern den Platz hätte ich gleich mitnehmen können ja ist richtig bei Tode können sich zwar nicht bewegen in dem Sinne aber man kann sie tauschen das ist das Schöne deswegen muss man das ein bisschen strategisch ausnutzen so ich muss überlegen wenn ich dann gerne vorne hätte aber das entscheidet schon später das reicht also dass der eine Diffusaurus vorne ist gut ok Spieler 2 ist dran kriegt auch erstmal einen Diplomatiepunkt und zieht eine Karte nach ganz schön leer geworden hier ah ja seine schöne Mauer die beiden greifen ihn erstmal an das sind wieder 36 plus 16 also 52 Schaden plus 88 macht 60 macht 140 Schaden die jetzt auf ihm liegen und wir kommen zur Würfelfase oder ich überlege wollen wir noch was setzen irgendwie nö ich bin eigentlich damit relativ zufrieden genau äh ja Würfelfase wir würfeln 11 Primzahl bringt nichts geht weiter ziehen die nächste Karte hier raus durch Schmerzleiden jeder Spieler kann entscheiden eine Karte zu ziehen und 16 Schaden zu erleiden ja HP sind jetzt erstmal nicht so voll das lassen wir am besten mal bei beiden sein wenn wir wieder mal über 90 kommen können wir darüber diskutieren gut Heldenphase unser Kollege Kreisi hier der rückt eins vor deswegen ich nehme jetzt schon mal eine Ladung weg weil der Volldurchschnittser würde die dann Schaden machen und zwar 40 plus 50 Prozent macht 60 geht dann auf 80 Schaden so mal sehen ob ich alles mitkriege Token Schaden hier hin hier geht dann am Ende des Zuges die Zeitmark weg und er greift den Lifosaurus an der Helden dürfen das ja den Lifosaurus konnte mit 8 mal 4 also 32 Schaden geht er auf 112 und Ende des Zuges quasi hier in dem Bereich eine der Marken geht weg das heißt es wird nochmal Gift getriggert immer immer zuerst nebenbei diese Sachen mit den Marken machen und den Triggern das heißt die hätte so schon vorher getriggert egal und danach die Schaden zu rechnen jetzt hat er 40 warum hat er jetzt nochmal 20 Marken bekommen Radius 1 also alles was einfällt angrenzt ist betroffen weswegen hat er nochmal 20 Marken bekommen das heißt nächstes Zug ist er auch garantiert hin gut hier unten passiert wieder nicht viel es wird eine Marke entfernt und bald wird er kampffähig und wehrt sich was natürlich nicht 100 Prozent angenehm ist ok wir kommen also wieder zum Versorgungsegment von Spiel 1 kriegt einen Diplomatiepunkt dazu ups hin kurz zieht eine Karte nach ja das wäre theoretisch der Bär aber jetzt wird es auch vom Platz her ein bisschen eng deswegen den lasse ich erstmal da wo er ist spiele das aus hier hin ja kommen Grenzen dazu ich muss kurz nachdenken weil hier kommt dann eine Mauer hin normale Falle Giftfalle ok das lassen wir aber erstmal sein wir warten bis wir die volle Kombi haben und nehmen uns jetzt das erstmal ich überlege gerade ob ich angreife bringt aber eigentlich nichts wenn ich angreife kriegt er wie viel nochmal 32 Schaden ja das löst die Falleinhalb trotzdem nochmal aus bringt also so oder so nichts hier hinten tausche ich noch mein Notbär ist komplett verletzt zack also ihr seht wenn man das ordentlich managt kommt man da auch gut hin so Spieler 2 ist dran kommt auch einen Diplomatiepunkt zieht eine Karte nach und auch er hat ein paar Platzprobleme weswegen das direkt gespielt wird hier und er einen Grenzwert dazu erhält ihr seht wir hatten zwar einen Haufen Vorrat aber der ist ratzefatz weg weil wir greifen an es wieder 36 plus 16 macht 52 140 plus 52 ist 192 Schaden die jetzt schon drauf liegen und gehen damit zur Würfelfase über wir würfeln jetzt noch runter 6 da war bisher nichts gewesen wird auch immer noch nichts sein denke ich was vielfacher von 2 und 3 ist nada das heißt Ereignisfase kompiertes Wissen jeder Spieler kann entscheiden zwei Karten aus seiner Hand abzuwerfen und dafür einen Grenzwert seiner Wahl sowie 4 AP zu erhalten aktuell würde ich sagen es ist eigentlich alles was wir auf der Hand haben bei beiden besser deswegen machen wir jetzt mal nichts so und kommen zur Heldenphase ja er hier oben greift den Diffusaurus an kriegt 16 Schaden der Diffusaurus macht einen 32 Schaden er lebt noch deswegen Ende der Runde äh tut der Folterschnetzler nochmal eine seiner Ladungen wirken dadurch stirbt dann insgesamt der alte Kreis ach nein falsch 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 gar nicht bedacht äh stimmt nicht Verzeihung 32 Schaden er hat ja 200 AP mehr durch den äh äh Zeitrang 23 Schaden mehr geht er als auf 184 bei Folterschnetzler jetzt in einem Ende der Runde geht eine Ladung weg und aktiviert seinen Effekt wodurch wodurch unser alter Männlein hier aber so äh wodurch unser altes Männlein hier 60 Schaden bekommt ich muss überlegen unter 300 war der vorher schon als er drauf ging ich mache jetzt nur noch 40 Schaden weil er war vorher nicht unter 300 das habe ich vorhin vergessen verzeihung deswegen jetzt 40 er hätte jetzt eigentlich 60 bekommen und vorher 40 ich habe es jetzt aber getauscht ja hier geht die letzte Marke weg ich lege die immer trotzdem so ein bisschen Bearbeitungstechnik hoch und es werden nochmal 20 Giftmagen verteilt und jetzt am Ende des Zuges kriegt er nochmal 60 Giftschaden geht auf 284 Schaden hier unten passiert wieder spektakulärerweise nichts außer dass das weg ist weswegen wir Versorgungssegment von hier oben machen das heißt ein Diplomatiepunkt dazu zack eine Karte ziehen wir brauchen Platz ich sehe jetzt einen Raum deswegen lege ich den da auch gleich kriegen eins dazu und ich überlege ob ich jetzt direkt schön meine Sachen hier ausspiele für den Fall des Falles dass bald ein Held kommt weil wir haben Platz für Mauer Falle Falle sieben dann habe ich noch einen auf Vorrat das machen wir das ist gut Leute das ist gut so Moment genau falsch rum ja so macht es mehr Sinn jetzt muss ich nur kurz schauen wie viele Ladungen hier drüben drei und zehn so eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und hier drüben und hier drüben eins zwei drei okay ich muss noch die Grenzwerte bezahlen sieben habe ich sechs kostet verbleibt einer und ich tausche wieder noch den Platz von meinen Notbären mit meinen Liefer hier wenn er denn nicht speichern täte da kommen hat er jetzt doch nicht mitgenommen ist so und wenn die Frisaurus hier kommt dafür hier hin gut spieler zwei kriegt auch ein paar Diplomatiepunkte umso mehr Leute es haben umso eher werdet ihr merken die wird man dringend brauchen das haben wir hier im Zeichen des Centauri der aktuelle Rundenwurf wird doppelt im PvE verlieren alle Spiele 20 HP im PvP ziehst du eine Karte der aktuelle Rundenwurf wirkt doppelt davon haben wir ja hier am ehesten keinen Vorteil erstmal legen wir mal zur Seite gut legen auch noch einen Raum ich überlege ob wir dann mal eine Falle platzieren eigentlich sollte der Folterschnetz idealerweise weiter hinten stehen ich sehe ja gerade Kreaturen basiert hier kleinen Moment ich muss nachdenken ne machen wir nicht wenn es dringend wird können wir den immer noch setzen deswegen wir nehmen uns jetzt erstmal einfach einen Grenzwert dazu schlagen mit unseren Kreaturen auf den noch gefesselten Helden 36 plus 16 sind 52 plus 192 sind 244 sind ja 1000 HP ok kommen damit zum Rundenwurf 8 da passiert einiges so schau mal wer hat 8 nein 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 ok hier oben passiert gar nichts aber hier passiert auch einiges oder genau unser Bär kriegt wieder eine Population yeah man muss noch einiges ansparen 8 bringt auch hier was dazu hier nicht das ist eh alles voll gut damit kommen wir zur Ereignisfase durch Schmerzen lernen ja wir haben alle noch nicht so die hohen HP ich glaube wir sind alle noch nicht lernbereit kommt zur Heldenphase unser alter Kreis hier greift den Lifosaurus an der Lifosaurus kriegt deswegen 20 Schaden und Kondat weil er immer noch volle Population hat mit 32 deswegen geht der Held auf 32 mal kurz rechnen 336 Schaden das heißt am Ende des Zuges lebt er noch was bedeutet der Folterschnetzler wirkt seinen Effekt macht 60 Schaden womit unser Held hier bei 396 wäre ja jetzt am Ende des Zuges würde das Gift wirken und damit ist er dann auch tot machen wir kurz an 2 hin so wir bekommen 2 Siegpunkte dafür gehen also auf 3 nicht auf 2 und er wandert auf den Friedhof von Ereigniskartenstapel Anordnungen ganz nach vorn und Gruppierung aufheben so Heldenphase bei Spiele 2 ist wieder ganz einfach eine Zeitmarge weg womit die letzte Zeitmarge dann verbleibt einmal kann man auch angreifen ohne dass es gefährlich wird danach wird es ernst so wir suchen mal kurz wieder raus denn ich würde sagen wir müssen noch mal einen kleinen Cut machen wir das nicht alles zu lang am Stück wird die Welt muss ich rauszoomen mal schauen ich möchte gerne ein bisschen noch so ja so sieht das jetzt so ungefähr aus unten haben wir noch keine Siegpunkte aber wir haben quasi 5 Siegpunkte die sich hier in Dungeon rumirren wenn wir den besiegen dann haben wir die 3 Punkte die er hier oben hat quasi schon wieder eingeholt aber Spieler 1 ihr seht haufenweise fallen noch mit guten Ladungen gut die Aureak Beladungsmaschine hier das heißt der Kampfschnetzler der hat nur noch 2 Ladungen Population oben geht sieht einigermaßen okay aus ja Hand dafür sehr leer eigentlich nichts mehr zu spielen auch nur eine Mauer unten wiederum viele Kreaturen mit viel Population dafür aber fast keine fallen gut klar das machen wir auf fesselnde Strategie und auf der Hand sind noch 2 gute Mauern und eine effiziente Falle das heißt es bleibt spannend es würde sagen es sieht hier noch mehr oder weniger gleich aus und deswegen verabschiede ich mich jetzt erstmal wünsche euch noch einen schönen Tag und mal schauen ob wir bei Teil 3 dann uns dem Ende nähern bis dahin sage ich Tschüß